Das gehört zu schlimmsten Charaktereigenschaften oder Verhaltenseigenschaften gehört, dass man Schirk begeht. Weil wenn man Schirk begeht, dann tut man Unrecht gegen sich selbst, Unrecht gegen die anderen und Unrecht gegen Allah subhanahu wa ta'ala. Und so wird man auch Schlimmes verbreiten und die Leute werden davon lernen. Und sie werden Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr richtig anbeten. Manche denken, dass Charaktereigenschaften nur damit verbunden sind, dass man nicht lügt. Oder dass man zum Beispiel höflich redet oder nicht höflich redet. Aber das ist nicht der Fall. Zu den Eigenschaften des Menschen gehören, was der Mensch verinnerlicht und was der Mensch auch äußerlich praktiziert. Und dies... ...